Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Dienstag, dem 14. März 2023 durch die Geek Talk Daily 1332. Heute mit den folgenden Themen. Twitter, Apple, Arial, Fingerabdruck, Emulator, Huawei, OnePlus und Oppo. Ein buntes Allerlei, wo wir gleich mit Twitter starten. Der liebe Herr Musk hat bekannt gegeben, dass die offiziellen Zahlen, die man zu berappen hat, wenn man die Twitter-Schnittstellen nutzen möchte, die bis anhin in den meisten Fällen relativ, in Anführungszeichen, kostengünstig für etwas um die 2.899 Dollar pro Monat gekostet haben. Und die neuen Preise, die haben es in sich. Die gibt es in drei Sorten. Ein kleiner Plan, ein bisschen grösserer Plan und dann auch kleiner, aber ganz grosser Plan, was das Budget anbetrifft. 42.000 US-Dollar, nein, nicht im Jahr, sondern im Monat. Das soll der kleinste Plan kosten. Es geht dann weiter mit 125 Dollar und das grösste Paket liegt bei 210.000 Dollar. Was bekommt man da? Zugriff auf einen Teil der Tweets, um die eben für Forschungen auszuwerten. Twitter ist vor allem eben für Forschende sehr interessant gewesen und wäre es auch heute noch, weil hier eine sehr breite Palette an Menschen- und Personengruppen und aber auch politischen etc. anderen Ansichten drin sind, worüber sich dann ein gutes Abbild hat erlegen lassen. Das wird für forschende Firmen oder für Universitäten nicht mehr möglich sein bei diesen exklusiv orbitanten Preisen. Für Firmen ist das natürlich etwas anderes, die das vielleicht anders abwickeln können, aber für Forschungsinstitute soll das schlichtweg unmöglich sein. Da hoffe ich, lenkt doch der liebe Herr Musk noch ein und bringt was für Forschungseinrichtungen. Ansonsten werden wir wahrscheinlich da in die Richtung nicht mehr ganz so viel sehen. Vorgestern, in der Nacht vom Sonntag auf den Montag, war das gestern? Einfach am Sonntag auf den Montag war die Oscar-Verleihung. Ich habe es komplett verpennt und somit dann auch nicht in der Daily mit drin gehabt. Wie hätte ich auch gekonnt, weil um 4 Uhr lief die Oscar-Nominierung oder weshalb die Veranstaltung noch. Ja, was hat bei Apple gewonnen? Bei Apple gab es zwei Nominierungen und eine hat gewonnen, The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Eine gezeichnete Animationsgeschichte, ein Märchen für Kinder. Muss ich unbedingt mit meiner kleinsten Tochter und ja, wahrscheinlich der zwei kleinsten Tochter noch zusammen anschauen. Ich bin sehr gespannt darauf. Auch einen Oscar bekommen hat, ich weiss es nicht, weil es mich tatsächlich überhaupt nicht interessiert hat. Und spannenderweise habe ich auch auf Twitter und anderen Kanälen kaum was mitbekommen. Sollte also noch irgendein Film was erreicht haben, das eben Goldstatus oder ein Schauspieler, dann lass es mich doch über die ganzen Kanale wissen. Ich wäre gespannt und ansonsten ging es halt an mir vorbei. Ariel, und dann bleiben wir gleich noch bei Kinderfilmen oder Content für junge Menschen. Doch nicht nur, denke ich. Ariel, die Meerjungfrau, wer kennt das nicht von Disney? Die wird ausgeschlachtet, also nicht physisch, die Meerjungfrau, sondern die Geschichte rundherum. Es gibt eine Realverfilmung. Beim ersten Trailer, der im letzten Jahr online ging, haben die Fans des Genres oder der Meerjungfrau nicht wirklich viel Gutes an dem Trailer gelassen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt ist. Übrigens, Trailer zu dem Apple-Film, der einen Oscar gewonnen hat, einen Kurzfilm, muss man dazu sagen, sowie eben der Meerjungfrau, findest du auf daily.kiktok.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens, direkt verlinkt zum Anklicken und Reinschauen. Ja, ich warte dann mal, bis der bei Disney Plus kommt. Mist, da habe ich ja kein Abo mehr. Also, irgendwann dann, vielleicht irgendwo. Genau. In Deutschland gibt es einen Gerichtsbeschluss vom sächsischen, Nein, wer war es? Ein Landesgericht in Ravensburg. Genau. Die haben am 14. Februar beschlossen, das Ganze ist jetzt an die Öffentlichkeit geraten, dass es möglich sei, für Polizisten und Polizistinnen in Falle eines Notfalls den Fingerabdruck zu erzwingen oder den Gesichtsabdruck. Das finde ich sehr, sehr unschön. Und ich hoffe, dass das noch weitergetragen wird an die nächsten höheren Instanzen, dass das ein bisschen genauer angeschaut wird. Für Kriminelle da draussen oder Menschen, die halt doch vielleicht was zu verstecken haben, am besten nur Zahlencode oder, best gesagt, eben nicht Zahlencode, alphanumerischer Code. Das habe ich schon lange bei mir auf dem Smartphone. Es ist ein bisschen umständlicher, als vier oder sechs Zahlen einzutippen, da auch noch Buchstaben damit reinzubringen, weil man den PIN doch immer wieder mal angeben muss. Aber eben, wenn man nicht will, dass da irgendwie die Möglichkeit besteht, das vielleicht dann doch, dann muss man auf Nummer sicher gehen. Auf Nummer sicher gehen könnt ihr beim nächsten Tipp nicht, dass der noch lange gibt. Es wurde ein Emulator kreiert, den ihr auf GitHub für macOS und Windows runterladen könnt, mit dem ihr alte Apple-Spiele spielen könnt. Und nein, es geht hier nicht um irgendwelche Shufflepacke und andere alte Spiele, die wir früher auf dem Macintosh noch hatten, sondern, ja, das iPhone, zumindest das erste, ist jetzt auch schon so alt, dass man dann von Emulatoren machen kann. Ihr könnt nämlich darüber jetzt Spiele spielen wie, ach, was waren das noch? Crash Bandicoot, Monkey Ball oder Super Monkey Ball, was war da noch? Ja, einige dieser Kultspiele, die man eben auf dem ersten iPhone spielen konnte und die kamen jetzt. Genau, Angry Birds und Flight Control war noch. Ja, das lässt sich jetzt spielen. Wie gesagt, probiert es mal aus. Vielleicht ist es nicht mehr so lange da, obwohl man hat geschaut, dass man keinen Apple-eigenen Code verwendet hat, respektive eine Urheberverletzung eingegangen ist. Aber man weiss ja nie, das kann immer kommen. Die Spiele, die da eben drauf waren, die gibt es leider nicht mehr. Die waren dann nach und nach aus dem Store geflogen, weil sie keine Updates mehr erhalten haben. Ein Update gibt es dafür von Huawei, und zwar schon bald, genau gesagt in 10 Tagen, in 9 Tagen sogar. Das Huawei P60 wird vorgestellt und das Huawei Mate X3, vornehmlich in China vorgestellt. Ob und wie das Ganze dann zu uns nach Europa kommt, das muss sich erst noch zeigen, denn wegen, ihr wisst schon, Amerika und diesen unsäglichen Geschichten, die da vonstatten gehen. Was hat das P60? Ja, das ist ein Snapdragon 8 Generation 2, SOC, also Prozessor von Qualcomm, der das neueste und heisseste ist, was es gibt, einfach ohne die 5G-Geschichte mit drin. Eine Triple-Kamera, die sich sehen lassen kann, das zumindest im Pro-Modell und im einfachen Modell, der gleiche Prozessor, aber ein bisschen einfachere Kameras. Worüber es nicht viel gibt, sind die technischen Details. Ein bisschen unüblich, weil das gab es ja früher immer bei Huawei sehr schnell in den Gerüchteküchen. Wir werden uns überraschen lassen dürfen und oder es in den nächsten Tagen entdecken. Was eben auch vorgestellt wird, ist das Huawei Mate X3, auf das ich sehr gespannt bin. Ein Fall-Smartphone von Huawei, das unter anderem auch eine Zwei-Wege-Satelliten-Kommunikation erhalten wird. Was dann wiederum heissen könnte, dass es nur in Asien kommt, aber wir werden es sehen. Weiter geht es mit dem OnePlus Pad, das ja mit dem OnePlus 11 und dem OnePlus Bud Pro 2 vorgestellt wurde im, ach wann war ich da in Zürich, Februar irgendwann. Da haben sie ja auch gezeigt, dass ein Tablet kommen wird, das OnePlus Pad, was irgendwann im April dann aufschlagen wird. Ziemlich schnell hieß es, in der Schweiz sollte es eventuell kommen. Was aber nicht kommen wird, ist in Deutschland, weil ihr wisst ja, Oppo und OnePlus etc., die haben ja mit Nokia da einen grossen Fight und jetzt überrascht das Ganze, dass das Tablet doch auftaucht auf den ersten Seiten und somit könnte es sein, dass vielleicht das Tablet kommen wird. Wir lassen uns überraschen. Überraschen müssen wir uns auch bei Oppo. lassen. Denn das Oppo Find X 6 Pro soll anscheinend, laut diversen Gerüchten, die in den letzten Tagen aufgetaucht sind, gar nicht ausserhalb Chinas angeboten werden. Das Flaggschiff-Serie oder die Flaggschiff-Serie von Oppo, die immer überzeugt, in vielen Ecken überzeugt hat, können, soll anscheinend nicht nach Europa kommen und auch nicht nach Amerika. Was es damit auf sich hat, das wissen wir leider nicht. Oppo selbst hat noch nichts dazu gesagt, auch Oppo Schweiz nicht. Wir werden es sehen. Der Termin der Vorstellung wäre ja am 21.03. gewesen. Wir werden dann vielleicht mehr wissen oder in den Tagen danach. Dann gibt es noch Neuigkeiten. Was habe ich noch? Ach genau, Social-Media-Hygiene. Es ist wieder mal Zeit für den Frühlingsputz bei deinen Social-Media-Accounts. Facebook, Twitter, Google, Instagram, TikTok, das hätte ich auch noch ergänzen können. Ich habe da einen kleinen Beitrag, den ich schon im Jahre 2015, respektive 2014, zusammengetippt habe, wieder mal ein bisschen nachgeführt und für euch aufgehübscht und mit aktuellen Bildern versehen. Man sollte zwischendurch mal aufräumen, denn es gibt zu viele Apps, die Zugriff auf eure Social-Network-Kanäle haben und manchmal ist auch der eine oder andere Freund, Mensch, Bekannte zu viel da drin. Deshalb nehmt euch die Zeit, lest es mal durch und macht mal ein bisschen Social-Media-Hygiene. Link wie immer, ich habe es vor schon erwähnt, im Podcatcher oder auf tele.geeklog.ch. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Episode wieder. Bis dann, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geektop.